Ja, ich wurde ein super Aura-Gin. So, Haiwan kommt. So unten. Ja, Moin. Nice, Pass. Musste abbrechen, sorry. Schade. Entschlossen geklärt. Na, da aufpassen. Schön. Ja, hab ich. Gute Annahme. Ja, gut gedacht. Langsam fähig für mich. Ich bin nicht so abfrühstücken, der Haiwan. Tennis passt ein bisschen auf, wo du hinläufst. Ich denke, du hast auch schon drei Gelbe, ne? Haiwan. Ja. Bitte durch. Ne, hat er Bot. Ne. Doch. Jetzt hat er ihn. Sag ich doch. Erstmal, dass ich fallen lassen. Da ist die Reingabe. Da ist die Reingabe. Kurz anbieten. Oh Gott. Ja. Ja. Schön über Bandi, Jonas. Auf Außen ist Platz. Klasse Einsatz! Aber kommt auch an den Ball! Oh Gott. Ja. Sorry. Alles gut. Mein Fehler. Und jetzt wird's Eindruck geben. Von Braun. Und die Situation geklärt. WTF? Was? Kommt direkt damit vorbei. Sind Bot. In Ordnung. Jetzt wird's gefährlich. Die 9. Ja, ja. Die 9. Die 9. Ja, ja. Die 9 ist nur Bot. Ja. Okay. Alles gut. Jetzt ist es. Wir können nicht auf dieser Stelle. Kurz Schocks. Ja, ja. Freischuss. Oh nein. Oh, der ein Glück, dass es kein Geld gibt. Oh nein. Kommt kurz, Jonas. Komm mal zurück, gern. Da oben, Dusty. Jo. Kommt auf Rot. Guter Pass. So machen Sie das Spiel breit. Schön. aufgestellt wird ja und jetzt nicht wieder zwei einschenken lassen so schnell ja linie ausdrückst du vor die wegen konto und unser wieder einer ja ich konnte nur annehmen das war nicht kein pass schlägst du ja ja voll nicht verschenken dranbleiben weitermachen 0 0 schön schön gemacht man war das ein scheiß los war gut innen vorrang rein jetzt wieder aufwachen da weiter aus dem mittel vielleicht wieder lang unten geht ok und durch hast du stark nach hinten genau dass sie dabei hat durch der läuft gut durchsteckt und weiter aus nicht nachlassen jedes tos gold wert jonas lauf kurz mit sauber und hinten meine güte alter durch scheiße der spielchen dreck links fuß und rot lila ich kann es mit y durchgeben oder da hat keiner geschlagen wird so alles gut alles gut oh fuck amachstark teamwork sehr schön nicht zu schnell ne denk dran anbieten überlauf kreuzig klar kreuzig wieder aufpassen auf außen ist platz so wer hat jetzt die entscheidende idee klar kreuzig kreuzig ist ok kreuzig kreuzig das ding ist nicht verboten weil derzeit kreuzig werfen sehr schön bitte hättest du direkt auf kwnitz spielen können das wär erstatter gewesen aber warte schön gleich gestellt genau und machs wieder ruhig guter baller ja komm ach ich habe Schade, Hätte ihn nicht angenommen, dann habe ich ein Sprintduell gewonnen. Habe ich kam nicht. Wieso ein Dobermann? Wieso ein Dobermann? Gehst du mit hin, Benny? Mach ich mit in den Raum zu. Einer. Hast du, Jonas? Bieg mich hinter dir an. Einer wieder. weil ich so langsam erwöhnt ich springe ja scheiße von mir schieben alle mann macht linie die geräusche das war das publikum ja wir können ja nicht sagen was es ist das ist jetzt weg ist nass draußen weiterkommen den sieg holen wir uns unser ding weiter konzentriert spielen alle mithelfen dicht stehen nicht zu überhastet trotzdem schnell wieder vom ball trennen auf geht's kommen ja ich wusste nicht wo ich hinspielen hat noch nicht frei habe ich ja versucht darauf zu warten weiter geht's ich wollte erst mal ein bisschen schluss machen alles gut habt ihr einer noch ich habe ich habe dann ist ich sage ich habe einfach raus alles ok kommt nicht ganz so lang verhaupten rückwärts da musste mitmachen bulli komm wieder unser bin durch direkt die aufpassen er gibt lieber ein zwei nach hinten dass ich mach den hier vorne jetzt weiter durch darf nicht durch das ist das kurs wieder rückwärts helfen jobs kommt und kurz wieder er kommt haben wir kommen durch wenn mit dir mit fasziniert denkt an bord was hast du gesagt und der hier ist frei warum ist er immer frei da muss halt der lm viele mithilfen habe ich und wieder unser kommt wenn das 60 kurzen die sieben ich lasse den bad mal die 25 ich darf nicht immer wieder zuvor zu weit vorne schon gewesen dort noch wieder 69 69 ich alle raus wenn jetzt das kann man besser jetzt weiter das ist auch mal wieder die Führung aber ich bin noch nicht vorbei kam richtig ganz kurz mal hoffs und durch und verkommen fettes Stück da also ich glaube ein Mensch nicht schwingt das hast du mehr ich habe überhaupt für die Szenen abfallen oder so also kann was so bin ich auch noch und spiel ich im kurs hinten und gelb glaube ich direkt woher doch nicht direkt auf gelb was soll ich abschieben wenn das hier aber warte kurz jetzt kurz hier jetzt jetzt ja irgendwann muss er noch mann fast hätte ich gekriegt weiter weiter mitlaufen erstmal als zu kommen in die kurz den ganzen noch da unser geld der wixer linie kommt lang ich wusste nicht dass er diesmal so lang kommt wir haben wieder gewonnen und orange defensiver nee 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 oh warum kommt doch direkt als rumragend zurück hast du das sie nur das sie wird das seine torchance stark jung schön ja lächerlich zuordner lächerlich ich spreche mich auf den langen aufpassen noch einer mit langen ich mach den Tasti bleib ich hier ein bisschen platz mit dem fokus dann bleibt der schoxy genau komm mal einen schritt raus Tasti ein weiterlinie nach linie lang oder jetzt kannst du jetzt kann ich hinterlaufen ich warum geht's kommen alles gut durch oben hast du nur pad tödnackt außen mitnimm bitte ja du hast hinten rum kannst du checken ah schade lauf du unten ich lauf oben ok es war zu spiel ich hab auch keine puste mehr zurückspielen und unser noch mitte wieder eng und deiner sagt das ja ja schön jungs der ist rot gekommen der ist rot gekommen echt jetzt hätte achso hätte ja ja der zwingt sich eh denn ist den mvp ja das glaub ich auch ey dann kennst du es schönes geld müssen wir irgendwie warten mit fifa beenden ja hab ich schon gemacht ich bin schon raus ja echt kalt für fifa gewesen endlich mal ein game ey das war echt gut alles klar dann sag ich mal bestände tschüssi user disconnected from your channel ey bloß nicht bloß nicht zu lange bleiben leute äh afghan also ich will mal kurz pissen was zu essen und lächeln afghan jo alles klar ich auch eben afghan viel Erfolg ich bin grad ich danke danke ich geh kurz brain afghan ich geh mal kurz die wohnen sprechen bist du doch eh ja ich geh kurz brain afghan ach nee stimmt bin ich sowieso hast recht jungs aber das war ein schöner go af was wir heute gesungen haben danke großer dank geht an euch raus dass ihr mich musikalisch unterstützt habt gern geschehen oh dennis der torvorlage haiwan zwei torvorlagen ein bisschen statistik aufpoliert schox zwei tore und letztes spiel hatte ich in der vorlage der haiwan ein tor schox zwei und bullet und dann ist der torvorlage und dann ist der torvorlage ein torvorlage und dann ist die torvorlage hast ja ich habe schon guckt lächerlich kurz pinkeln auch kurz weg entgegen schlecht kann man das faken brasilien vfc porto lieb 130 bestimmt wird also ich hab die liga noch was man jetzt auch habe ich bock drauf er ist ja dann irgendwann auch von bundesliga rauskommt da kann ich den an der reinballern muss ich dann trotzdem eigentlich einbauen in dsbc genau solche gegner brauche ich hier zwei deutsche vorlagen auch dann habe ich meine hecke die ecksteine wo ich noch weg weil bundesliga trotzdem werde ich auf jeden fall machen dann einfach so einen harvard reuss sancho leon dorski werden aber würde nicht passieren